Am NFL-Chat, ihr müsst mal so denken, er ist auch nur ein Mensch. Als ob Uwe Mikano probiert, extra schlecht zu spielen. Wie dumm sind diese Menschen. Egal wie gebrochen ihr seid oder egal wie traurig ihr seid über euer Lieblingsverein, den ihr liebt, natürlich Emotionen gehören zu Fußball. Das ist Fußball. Aber Bruder, was musst du für ein Opfer sein, um zu kommentieren bei irgendeinem Fußballspieler und irgendwie auf seine Hautfarbe zu gehen, seinen Eltern zu beleidigen oder sonst was. Also ich schwöre, jeder, der das schon mal gemacht hat, weil ein Spieler schlecht gespielt hat, Bruder, du bist der größte Opfer auf der Welt. Du bist der größte Opfer, in meinen Augen, Digga. Richtiger Knecht bist du dann. Als ob er Bock hat, Internet so auseinandergenommen zu werden. Er ist nur ein scheiß Mensch, Bruder. Ja, ist halt kacke. Ist kacke gelaufen, Bruder, was willst du jetzt machen, Digga? Denkt doch logisch. Wie oft machen Menschen Fehler, Bruder, vor allem im Fußball. Ihr habt doch alle schon mal im Verein gespielt. Ihr wisst doch, wie viel Druck man haben kann.